Herzlich Willkommen bei der Water Challenge 2014. Wir bedanken uns recht herzlich für die Nominierung bei der Feuerwehr Detern-Stickhausen-Felde. Wir nominieren die Feuerwehr der Stadt Leer, der Stadt Wehner und die Feuerwehr Jemgum. Und jetzt kommt unser Beitrag. Ihr habt einen Knall! Ich muss durch den Monsun hinter die Welt. Ein Ende der Zeit, dass kein Regen mehr fällt. Ich ging den Sturm am Abwohnen entlang. Und wenn ich's nicht mehr kann, denk ich daran. Irgendwann laufen wir zusammen, weil uns einfach nicht mehr halten kann. Durch den Mund gut. Durch den Mund gut. Solltet ihr hier nicht innerhalb von 24 Stunden ein Video online stellen, freuen wir uns auf einen Grillabend bei euch.